Ein Hallo von mir meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch unseren Canvas Sale. Alle Stoffe sind 40% reduziert, den Link zu den Stoffen findet ihr in der Beschreibung und die Artikelnummer zu jeweiligem Stoff zeige ich euch natürlich auch. Dieses Schätzchen kommt aus England und ist wirklich schön und grafisch. Hier haben wir ganz schlichtes Design in gedeckten Tönen, ganz zart und es sind Olivenzweige und Blätter auf so einem Steingrau. Hier haben wir etwas feinere, dünnere Qualität an Canvas aus England auf schönem Kaki-Olivgrün mit Blumen. Ein Klassiker mit Vögel und Käfigen und Schmetterlingen, auch aus England natürlich, gibt es mit dieser Artikelnummer. Dieses Schätzchen haben wir sogar nachbestellt, ein wirklich sehr guter Bestseller gewesen, jetzt nur ein Reststück zu haben. Auch ein sehr knappes Reststück mit diesen kleinen grünen Hirschen auf Natur, hat ein bisschen so eine Leinenoptik. Auch ein wunderschönes Design, Häuser auf Grau, ganz schlicht und wirklich das aller allerletzte Stückchen ist noch zu haben. Dieses ist wirklich wunderschön. Ganz große Bäume, komplett verteilt auf so einem dunklen Blau, kommt so schön rüber. Dieser Druck ist wunderschön fürs Kinderzimmer. Wirklich plakativ, perfekt für Vorhänge und Kissen und andere schöne Sachen. Das ist wirklich so ähnlich wie die Bremer Stadtmusikanten, nur halt mit exotischen Tieren. Tiere aufeinander gestapelt, auch ein großer Druck und wunderschön fürs Kinderzimmer. Schönes grafisches Design mit Struktur im Farbton, wirklich toll. Es glitzert, nein es glitzert nicht wirklich, es ist nur ein Druck, das so aussieht, als ob das glitzern würde. Ocker-Orangetöne mit Gelb, das ist dieser Canvas. Hier zeige ich euch was Kleingedrucktes, Blümchen, Wiesenblümchen auf dem braunen Ton mit Ocker. Wunderschöner Kinderdruck mit bunten Wolken und natürlich buntem Regen. Hier kommt mein Liebling, wirklich wunderschöner floraler Druck, grafisch gehalten, auf dunklem Unterton, wirklich toll für Taschen. Hier zeige ich euch das Designerstück, wirklich ein Reststück. Von der Designerin Emma Shipley aus England ist dieser wunderschöne Silberrücken hier. Das vorletzte Design sind einfach grafische Blätter auf dem hellen Untergrund. Und das schönste Stück zum Schluss ist dieser wunderschöne grafische Druck mit ganz, ganz vielen Blumen und in so einer tollen Farbkombi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.